Wer ist Jesus wirklich und warum hat sein Leben die Welt wie kein anderes verändert? Die Geschichte von Jesus Christus ist nicht einfach eine alte Überlieferung. Sie ist eine Erzählung, die die Welt auf den Kopf gestellt hat. Was steckt hinter dieser außergewöhnlichen Geschichte? Warum beeinflusst sie bis heute Millionen von Menschen und was hat sie uns persönlich zu sagen? Bevor wir in diese faszinierende Reise starten, abonniere den Kanal und lass ein Like da, damit auch andere die tiefen Wahrheiten hinter Jesu Leben entdecken können. Eine Geschichte, die auch dich verändern kann. In diesem Video werden wir die entscheidenden Ereignisse im Leben Jesu entschlüsseln. Seine Geburt, seine Lehren, seine Wunder, seinen Tod und seine Auferstehung. Gemeinsam werden wir herausfinden, was diese Ereignisse wirklich bedeuten und warum sie auch heute noch Kraft haben. Die Geburt Jesu und sein frühes Leben Die Geschichte Jesu beginnt mit seiner Geburt in Bethlehem, wie sie in Matthäus 1 und Lukas 2 beschrieben wird. Diese Geburt fand in einer Zeit großer politischer und sozialer Spannungen statt. Israel stand unter der Herrschaft des Römischen Reiches und das jüdische Volk sehnte sich nach einem Messias, der sie befreien würde. Die Propheten des Alten Testaments hatten angekündigt, dass der Messias aus der Linie Davids kommen und in Bethlehem geboren werden würde. Micha 5,1 prophezeit Diese Worte wurden durch Jesu Geburt erfüllt und Lukas 2,11 erinnert uns daran. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Damit wird deutlich, dass Jesus der verheißene König und Retter war, auf den die Juden warteten. Die Bedeutung des Namens Immanuel In Jesaja 7,14 heißt es, Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet Gott mit uns und zeigt, dass Jesus nicht nur als Mensch, sondern als Gott in diese Welt kam. Seine Geburt offenbart, dass Gott bereit war, Mensch zu werden, um uns nahe zu sein und unsere Leiden zu teilen. Das ist eine zentrale Botschaft der Menschwerdung. Gott ist bei uns, in unseren Kämpfen, Sorgen und Freuden. Lukas beschreibt, dass Engel die Nachricht von der Geburt Jesu den Hirten auf den Feldern verkündeten. Es heißt in Lukas Kapitel 2, Verse 10 bis 11 Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Diese Botschaft war zuerst für die einfachen und armen Hirten bestimmt. Was zeigt, dass Jesu Botschaft der Erlösung für alle Menschen gilt, nicht nur für die Mächtigen oder Reichen. Die Verkündigung an die Hirten symbolisiert, dass Gott das Geringe ehrt und uns alle, unabhängig von Status und Hintergrund, in seine Gemeinschaft einlädt. Die Weisen aus dem Morgenland, möglicherweise Gelehrte oder Astrologen, folgten einem besonderen Stern, um den König der Juden zu finden. Der Stern, der sie führte, erfüllt eine weitere Prophezeiung aus dem Alten Testament. In 4. Mose Kapitel 24 Vers 17 prophezeit Bileam, Der Stern von Bethlehem symbolisiert, dass Jesus als König und Licht der Welt gekommen ist. Die Weisen brachten Geschenke mit, Gold, Weihrauch und Mürre. Gold symbolisiert seine Königswürde, Weihrauch seine Göttlichkeit und Mürre weist prophetisch auf sein Leiden und seinen Tod hin. Diese Gaben unterstreichen die verschiedenen Aspekte seiner Identität als König, Gott und Erlöser. Nachdem die Weisen aus dem Morgenland Jesus besucht hatten, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und warnte ihn vor König Herodes, der das Kind töten wollte. Die Familie floh nach Ägypten, um in Sicherheit zu sein. Diese Flucht ist nicht nur ein historisches Ereignis, sondern erfüllt auch eine weitere Prophezeiung. In Hosea 11, 1 heißt es, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Nach dem Tod Herodes kehrte die Familie nach Nazareth zurück, wo Jesus aufwuchs. Matthäus Kapitel 2, Verse 13 bis 15 Diese Ereignisse zeigen, dass Jesus von Anfang an mit Widerstand und Verfolgung konfrontiert war, was sein späteres Leben und Wirken prägen sollte. Die Umstände rund um Jesu Geburt zeigen die tiefe Liebe Gottes und sein unermessliches Eingreifen in die Geschichte der Menschheit. Gott wählte einen kleinen Ort, eine bescheidene Familie und einfache Hirten, um die Welt mit seiner Gegenwart und Erlösung zu segnen. Die Geburt Jesu erfüllt viele alttestamentliche Prophezeiungen und bringt Hoffnung, Frieden und Licht in die Dunkelheit. Sie fordert uns heraus, darüber nachzudenken, wie wir auf dieses göttliche Geschenk reagieren. Haben wir in unserem Leben Platz für das Licht, das Jesus bringt? Jesu Dienst und Lehren Der öffentliche Dienst Jesu begann mit seiner Taufe durch Johannes, den Täufer im Jordan, wie in Matthäus Kapitel 3, Verse 13 bis 17 beschrieben. Bei seiner Taufe kam der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herab, und eine Stimme vom Himmel sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Diese Bestätigung seiner göttlichen Sohnschaft zeigt uns, dass Jesus der verheißene Messias ist, dessen Kommen im Alten Testament angekündigt wurde. Unmittelbar nach seiner Taufe führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, wo er 40 Tage lang vom Teufel versucht wurde, siehe Matthäus 4, 1 bis 11. Hier zeigt sich die Bedeutung des Geistes im Leben und Dienst Jesu, da er durch die Kraft des Geistes allen Versuchungen widerstand und die Macht des Bösen besiegte. Die Wüste war eine Zeit der Vorbereitung, die Jesu Reinheit und Gehorsam gegenüber Gott unter Beweis stellte und ihn auf seinen Auftrag vorbereitete. Schon im Alten Testament gab es viele Prophezeiungen über den Messias, die Jesus erfüllte. Eine besonders wichtige Stelle finden wir in Jesaja Kapitel 61, Verse 1 und 2, die Jesus in Lukas Kapitel 4, Verse 18 und 19 auf sich selbst bezieht. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Mit diesen Worten verkündigte Jesus, dass er derjenige ist, der Heilung, Freiheit und das Reich Gottes bringt. Die Erfüllung dieser und anderer Prophezeiungen zeigt, dass Jesus der versprochene Retter ist, den das Volk Israel erwartete. Jesus lehrte oft in Gleichnissen, um die Geheimnisse des Reiches Gottes zu offenbaren. In Matthäus Kapitel 13, Verse 10 bis 13 erklärt er, dass die Gleichnisse dazu dienen, die Wahrheiten des Reiches jenen verständlich zu machen, die offen für Gottes Botschaft sind, während sie für andere verborgen bleiben. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, siehe Lukas Kapitel 15, Verse 11 bis 32, zeigt Gottes unendliche Liebe und Vergebung, während das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, siehe Lukas Kapitel 10, Verse 25 bis 37, verdeutlicht, dass Nächstenliebe und Barmherzigkeit zentrale Werte im Reich Gottes sind. Seine Lehren forderten die Menschen auf, sich zu Gott zu bekehren und sein Reich zu suchen. Jesus sprach über Themen wie Vergebung, Liebe zum Nächsten und das Herz des Menschen und seine Worte hatten die Kraft, Leben zu verändern und die Menschen zu Gott zu führen. Jesus vollbrachte zahlreiche Wunder, die nicht nur Akte des Mitgefühls waren, sondern auch seine göttliche Autorität und seine Rolle als Messias bestätigten. Er heilte Kranke, trieb Dämonen aus und erweckte sogar Tote zum Leben. Diese Wunder erfüllten die alttestamentliche Prophetie aus Jesaja Kapitel 35, Verse 5 bis 6, die voraussagte, dass der Messias blinde sehend, lahme gehend und taube hörend machen würde. Ein besonders bedeutendes Wunder war die Auferweckung des Lazarus in Johannes Kapitel 11, Verse 1 bis 44. Durch dieses Wunder offenbarte Jesus seine Macht über den Tod und zeigte, dass er das Leben und die Auferstehung ist. Die Wunder Jesu waren ein Vorgeschmack auf das zukünftige Reich Gottes, in dem es weder Krankheit noch Tod geben wird. Der Heilige Geist spielte eine zentrale Rolle im Leben und Wirken Jesu. Lukas Kapitel 4 Vers 1 beschreibt, wie Jesus nach seiner Taufe erfüllt vom Heiligen Geist in die Wüste ging. Und in Lukas Kapitel 4 Vers 14 kehrte er in der Kraft des Geistes zurück. Die Abhängigkeit Jesu vom Heiligen Geist zeigt uns, dass er seine Wunder und Lehren nicht aus eigener Kraft vollbrachte, sondern durch die Leitung und Kraft Gottes. Jesus wusste schon früh, dass sein Dienst ihn letztendlich zum Kreuz führen würde. Mehrfach sprach er prophetisch über sein bevorstehendes Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung. In Markus 38 sagte Jesus seinen Jüngern voraus, dass er viel Leiden, verworfen werden, getötet und nach drei Tagen auferstehen würde. Diese Voraussagen zeigen, dass Jesus sich seiner Mission vollkommen bewusst war und bereit war, das Opfer für die Menschheit zu bringen. Am Ende seiner Lehren und Wunder lud Jesus die Menschen ein, ihm nachzufolgen. In Lukas Kapitel 9 Vers 32 sagt er, Diese Einladung zur Nachfolge fordert uns auf, das Leben Jesu nachzuahmen und in seinen Fußspuren zu wandeln. Für die Jünger und die ersten Christen bedeutete dies, Jesus in allem zu vertrauen und sein Leben als Vorbild für ihr eigenes Leben zu nehmen. Der Dienst und die Lehren Jesu zeigen uns nicht nur, wer er war, sondern auch, was das Reich Gottes bedeutet und wie wir als seine Nachfolger leben sollen. Seine Wunder und Gleichnisse offenbaren die Liebe und das Mitgefühl Gottes und seine Einladung zur Nachfolge fordert uns auf, in seinen Fußstapfen zu gehen und das Evangelium zu verkünden. Jesu Leben, sein Dienst und seine Lehren bilden die Grundlage des christlichen Glaubens und sind ein Leitfaden für unser eigenes Glaubensleben. Die Bedeutung des Kreuzes und der Auferstehung Am Abend vor seiner Kreuzigung versammelte Jesus seine Jünger, um das letzte Abendmahl zu feiern. Während dieses Mahls erklärte er, dass sein Leib und sein Blut für die Vergebung der Sünden hingegeben würden. In Matthäus 26, 26 bis 28 sagt er, Nehmt, esst, das ist mein Leib, und trinkt alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Mit diesen Worten setzte Jesus das Abendmahl als bleibendes Zeichen seines Opfers ein. Es verdeutlicht, dass sein Tod am Kreuz die Erfüllung von Gottes Erlösungsplan ist. Nach dem Abendmahl zog sich Jesus mit seinen Jüngern in den Garten Getsemane zurück, um zu beten. Dort erlebte er eine intensive Zeit der Anfechtung und des Gebets, in der er sprach, Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Matthäus 26, 39 Kurz darauf wurde er von Judas verraten, verhaftet und den römischen Behörden übergeben. Jesus wurde vor Pilatus gebracht, verhört und schließlich zum Tod am Kreuz verurteilt. Die Kreuzigung war eine äußerst schmerzhafte und erniedrigende Form der Hinrichtung, die normalerweise für Verbrecher reserviert war. Doch Jesus starb nicht nur als unschuldiges Opfer, er starb stellvertretend für die Sünden der gesamten Menschheit. In 1. Petrus 2, 24 lesen wir, Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz. Jesus nahm das Urteil, das eigentlich über die Menschheit kommen sollte, auf sich und machte damit den Weg zur Versöhnung mit Gott frei. Am Kreuz rief Jesus in seinen letzten Momenten aus, Es ist vollbracht, Johannes 19, 30, was darauf hinweist, dass das Werk der Erlösung vollendet war. Der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste von den anderen Bereichen trennte, zerriss von oben bis unten. Ein Zeichen dafür, dass der Zugang zu Gott nun durch Jesus offen ist. Die Bedeutung seines Todes liegt darin, dass er die Trennung zwischen Gott und den Menschen überbrückte und uns die Möglichkeit gab, eine Beziehung zu Gott zu haben. Nach seiner Kreuzigung wurde Jesus in ein Grab gelegt, aber am dritten Tag wurde er von den Toten auferweckt, wie die Evangelien berichten. Matthäus 28, Markus 16, Lukas 24, Johannes 20. Die Auferstehung ist das zentrale Ereignis des christlichen Glaubens, denn sie zeigt, dass Jesus den Tod besiegt hat. In 1. Korinther 15, 17 schreibt Paulus, Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Die Auferstehung bestätigt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass seine Macht über den Tod real ist. Die Auferstehung ist nicht nur ein historisches Ereignis, sondern auch ein Zeichen für das ewige Leben, das alle Gläubigen erwartet. In Johannes 11, 25 sagt Jesus, Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Diese Verheißung gibt Christen die Gewissheit, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern dass sie in der Ewigkeit mit Gott vereint sein werden. Der Sieg, Jesu über den Tod, ist ein Triumph über Sünde und Verzweiflung und gibt uns Grund zur Freude und Hoffnung. Das leere Grab und die zahlreichen Augenzeugen, die den auferstandenen Jesus gesehen haben, bestätigen seine Auferstehung. In 1. Korinther 15, 5-8 erwähnt Paulus, dass Jesus nach seiner Auferstehung verschiedenen Personen und Gruppen erschien, darunter den Jüngern und sogar über 500 Brüdern zugleich. Diese Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus verwandelten die Jünger von verängstigten Anhängern zu mutigen Verkündigern des Evangeliums. Die Kraft der Auferstehung zeigt, dass Jesus der lebendige Herr ist, der heute noch wirkt und seinen Nachfolgern durch den Heiligen Geist zur Seite steht. Sie bestätigt, dass der Tod besiegt wurde und dass Jesus uns eine lebendige Hoffnung gibt. Jesu Kreuz und Auferstehung sind nicht nur historische Ereignisse, sondern eine Einladung an uns, ihm nachzufolgen und das ewige Leben zu empfangen. In Lukas 9, 23 fordert Jesus uns auf, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir nach. Die Auferstehung Jesu bedeutet, dass wir in einem neuen Leben wandeln können, frei von Sünde und Tod und voller Hoffnung auf die Ewigkeit mit Gott. Die Bedeutung der Himmelfahrt und die Sendung des Heiligen Geistes nach seiner Auferstehung verbrachte Jesus 40 Tage damit, seinen Jüngern zu erscheinen, ihnen den Glauben zu stärken und sie auf ihre Aufgabe vorzubereiten, das Evangelium in alle Welt zu tragen. Am Ende dieser Zeit wurde er vor den Augen seiner Jünger in den Himmel aufgenommen, wie in Apostelgeschichte 1, 9 bis 11 beschrieben. Dabei versprachen zwei Engel den Jüngern, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, in den Himmel auffahren sehen. Die Himmelfahrt Jesu ist ein Triumphakt. Sie zeigt, dass Jesus jetzt zur Rechten Gottes sitzt und über alle Dinge regiert. Durch die Himmelfahrt erhielt Jesus eine erhöhte Stellung als Herrscher über Himmel und Erde. In Philipper 2. Kapitel 9 bis 11 steht, Darum hat ihn auch Gott über alle Maßen erhöht und ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist. Diese Erhöhung zeigt, dass Jesus nicht nur der Erlöser ist, sondern auch der Herr aller Herrscher, der eines Tages wiederkommen wird, um die Welt endgültig zu richten. Bevor Jesus in den Himmel auffuhr, versprach er seinen Jüngern, dass er ihnen den Tröster senden würde, den Heiligen Geist, der sie stärken und leiten würde. Johannes 14, 16 bis 17 Dieses Versprechen erfüllte sich zehn Tage nach der Himmelfahrt, am Pfingstfest. In Apostelgeschichte 2, 1 bis 4 lesen wir, dass der Heilige Geist in Form von Feuerzungen auf die Jünger herabkam und sie befähigte, in verschiedenen Sprachen zu sprechen und mutig das Evangelium zu verkünden. Die Sendung des Heiligen Geistes bedeutet, dass Gott heute durch den Geist in uns gegenwärtig ist. Der Heilige Geist ist nicht nur eine Kraft, sondern die dritte Person der Gottheit, die uns tröstet, lehrt und befähigt, als Nachfolger Jesu zu leben. In Römer 8, 11 wird uns versichert, Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Mit der Himmelfahrt und der Sendung des Heiligen Geistes erhielten die Jünger den klaren Auftrag, Jesu Werk auf Erden fortzusetzen. Jesus sagte in Apostelgeschichte 1, 8, Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Dieser Auftrag gilt auch heute noch. Durch den Heiligen Geist sind wir befähigt, die Botschaft von Jesus weiterzutragen und das Licht Christi in einer dunklen Welt zu sein. Die Himmelfahrt Jesu und das Kommen des Heiligen Geistes erinnern uns daran, dass wir nicht allein gelassen wurden. Jesus sitzt als Fürsprecher zur Rechten Gottes und tritt für uns ein, Hebräer 7, 25, während der Heilige Geist in uns wirkt, uns führt und stärkt. Durch die Gegenwart des Geistes haben wir Zugang zu Gottes Kraft, Weisheit und Trost, was uns befähigt, unser Glaubensleben im Einklang mit Gottes Willen zu führen. Die Bedeutung Jesu für das Leben eines Christen heute. Für Christen heute ist Jesus nicht nur eine historische Figur, sondern der Kern unseres Glaubens und unserer Hoffnung. Er ist der Retter, der uns durch sein Opfer von der Sünde befreit hat und der Herr, der uns führt und leitet. In Johannes 14, 6 sagt Jesus, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Dieses klare Bekenntnis erinnert uns daran, dass Jesus der einzige Weg zu Gott und das Fundament unseres Glaubens ist. Seine Rolle als Retter bedeutet, dass wir in ihm Vergebung und Gnade finden, während seine Herrschaft uns leitet und Orientierung für unser tägliches Leben gibt. Jesus lädt uns ein, eine persönliche Beziehung mit ihm zu haben. In Offenbarung 3, 20 sagt er, Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Abendmahl mit ihm einnehmen und er mit mir. Diese Einladung zeigt, dass Jesus jeden Einzelnen von uns kennt und mit uns Gemeinschaft haben möchte. Durch das Gebet und das Lesen der Bibel können wir eine tiefe Beziehung zu Jesus aufbauen, die unser Leben bereichert und uns in schwierigen Zeiten Trost und Führung bietet. Jesus hat uns berufen, ihm nachzufolgen und in seinem Geist zu leben. Die Nachfolge bedeutet, dass wir ihm unser Leben anvertrauen und bereit sind, uns von ihm verändern zu lassen. In Galater Kapitel 2, Vers 20 schreibt Paulus, Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das Leben im Geist ist eine neue Lebensweise, die durch den Heiligen Geist ermöglicht wird. Der Heilige Geist gibt uns die Kraft, in Jesu Fußstapfen zu treten, das Gute zu tun und in Liebe und Barmherzigkeit zu handeln. Jesus hat seine Jünger beauftragt, das Evangelium in die ganze Welt zu tragen. In Matthäus 28, 19 bis 20, bekannt als der Missionsbefehl, sagt er, Geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Dieser Auftrag ist auch heute noch für jeden Christen gültig. Als seine Nachfolger sind wir dazu berufen, Jesu Liebe und Wahrheit in unserem Leben zu reflektieren und anderen die Hoffnung auf Erlösung durch Jesus zu bringen. Unsere Mission ist es, Licht in die Dunkelheit dieser Welt zu bringen und die frohe Botschaft der Rettung durch Jesus weiterzugeben. Jesus lebte ein Leben in Liebe, Mitgefühl und Gerechtigkeit und er ruft uns dazu auf, ihm darin zu folgen. 1. Johannes 2,6 sagt Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Jesu Beispiel erinnert uns daran, dass unser Glaube nicht nur Worte, sondern Taten verlangt. Durch das Leben in der Liebe, die Jesus uns vorgelebt hat, können wir Gottes Reich auf Erden sichtbar machen und ein Zeugnis für seine Gnade und Wahrheit sein. Die Geschichte Jesu ist die mächtigste Botschaft der Liebe und des Heils, die die Welt je gekannt hat. Von seiner wunderbaren Geburt über sein Leben und seine Lehren, seine Opferbereitschaft am Kreuz bis hin zu seiner Auferstehung und Himmelfahrt zeigt uns Jesus den Weg zu Gott. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er den Tod besiegt und den Zugang zu Gott für alle Menschen eröffnet. Was bedeutet diese Geschichte für dein eigenes Leben? Hast du Jesus als deinen Retter angenommen? Wie lebst du die Botschaft Jesu in deinem Alltag? Bist du bereit, anderen von seiner Liebe und Erlösung zu erzählen und sein Licht in dieser Welt leuchten zu lassen? Lass uns gemeinsam beten. Herr, wir danken dir für die unvergleichliche Geschichte Jesu und das Geschenk des ewigen Lebens, das er uns gebracht hat. Hilf uns, ihm in unserem Leben zu folgen und seine Botschaft der Hoffnung und Erlösung weiterzugeben. Möge das Licht Jesu in uns leuchten und viele Menschen zu dir ziehen. In Jesu Namen. Amen. Was bedeutet das Leben und Werk Jesu für dich persönlich? Teile deine Gedanken und Fragen in den Kommentaren. Lass uns gemeinsam darüber sprechen und voneinander lernen. Und sag uns auch, welche Geschichte oder welches Thema du als nächstes hören möchtest. Deine Meinung ist uns wichtig. Wenn dir dieses Studium geholfen hat, dann abonniere den Kanal und gib diesem Video ein Like, um auf dem Laufenden zu bleiben. Teile das Video auch mit deinen Freunden und deiner Gemeinde, damit noch mehr Menschen die wunderbare Botschaft von Jesu Leben und Liebe kennenlernen können. Gott segne dich!